Du gehst permanent als Geschäftsführer Mitarbeiterkonflikten aus dem Weg. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die keine Leistung erbringen oder Probleme verursachen, die ignorierst du, weil du nicht weißt, wie du souverän diese Situation meistern kannst und vielleicht sogar Angst davor hast. Stopp. Stopp. Du musst sofort reagieren. Und ich zeige dir wie. Mitarbeiter aus dem Weg gehen. Das, es wird schon wieder Prinzip. Viele Führungskräfte hoffen, dass sich Probleme von selbst auflösen. Aber ignorieren führt zu einem Schneeball-Effekt. Was weißt du eigentlich? Unbearbeitete Konflikte, die entwickeln sich. Die Unzufriedenheit im Team, die steigt. Und die Produktivität, die leidet darunter extrem. Andere Mitarbeiter oder den Geschäftsführungspartner vorschicken. Das ist der klassische Fehler. Du delegierst die Konfliktlösung an Dritte. Das mag dich kurzfristig entlasten und du fühlst dich gut damit. Doch langfristig untergräbt das deine Autorität. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die erkennen nämlich, dass du Konflikten aus dem Weg gehst. Was? Ja, das führt zu, du hast es bestimmt schon gespürt, Respektverlust. Man könnte auch abwarten, bis sich das Problem von selbst löst. Das ist aber ein Wunschdenken, oder? Konflikte lösen sich selten bis gar nicht von allein. Meistens verschärfen sie sich, wenn sie unbearbeitet und unbeachtet bleiben. Zudem entsteht ein Klima der Unsicherheit. Da die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehen, Probleme werden nicht aktiv angegangen. Du lässt das einfach passieren. Warum funktionieren diese Strategien nicht? Naja, erstens, du verlierst an Autorität. Wenn du Konflikten ausweichst, dann signalisierst du Unsicherheit und Schwäche. Deine Fähigkeiten, das Team zu führen und zu inspirieren, die leidet darunter. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die brauchen eine starke Führungskraft. Und zwar eine, die Probleme angeht und vor allen Dingen löst. Das Arbeitsklima verschlechtert sich im Übrigen dramatisch. Unbearbeitete Konflikte führen zu einem gespannten Arbeitsumfeld. Das natürlich hat Auswirkungen auf die Zusammenarbeit. Die Kommunikation und, ja, da kommen wir wieder dazu, auf die Leistung deines Teams. Respekt und Vertrauen gehen verloren. Dein Zögern, Konflikte anzugehen, kann dazu führen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger Vertrauen in deine Führungsfähigkeiten haben. Das wiederum hat negative Auswirkungen auf die Moral des Gesamtteams und, ja, das ist dir vielleicht schon aufgefallen, das Engagement. Deswegen klappt es nicht. Um die Probleme der Konfliktvermeidung oder deiner Konfliktvermeidung wirklich zu lösen, musst du folgende Schritte unternehmen. Erstens, also statt Konflikte zu ignorieren oder, ja, umzugehen, musst du sie direkt und aktiv angehen. Es geht darum, das Problem zu erkennen, anzuerkennen und sich ihm zu stellen. Du brauchst eine Kultur der offenen Kommunikation im Team. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sollten sich ermutigt fühlen, ihre, ja, Bedenken, ihre Probleme offen anzusprechen, ohne Angst vor negativen Konsequenzen. Du musst die Perspektive der beteiligten Parteien verstehen. Empathie ist ein Schlüsselwerkzeug, um die Ursachen von Konflikten zu identifizieren und anzugehen. Als Führungskraft musst du Verantwortung für die Lösung von Konflikten übernehmen, selbst wenn du, ja, nicht direkt beteiligt bist. Deine Rolle ist es, eine Lösung zu finden und umzusetzen. Du musst lernen, konstruktives Feedback zu geben, das auf Verbesserung der Situation abzielt, und zwar ohne dabei persönlich oder angreifend zu werden. Du definierst klare Verhaltensregeln im Team. Grenzen helfen dabei, das Arbeitsklima positiv zu gestalten und Konflikte zu minimieren. Stärke deine Teamdynamik durch Teambuilding-Maßnahmen und regelmäßige Teammeetings, um das Verständnis und den Zusammenhalt im Team zu verbessern. Stell dir vor, jede Woche ein Treffen mit gleichgesinnten Führungskräften wie du. In unseren Gruppen-Coaching-Calls geht es nicht um trockene Theorie, sondern um deine realen alltäglichen Führungsherausforderungen. Diese Methode passt sich nahtlos in deinen Arbeitsalltag ein. Kein zusätzlicher Ballast. Du packst sofort an, siehst umgehende Resultate. Weg mit langatmigen Diskussionen, her mit konkreten, praktischen Lösungen. So schärfst du nicht nur deine Führungsqualitäten, sondern boostest auch Produktivität und Wohlbefinden deines Teams. Effizient und simpel. Willst du mit deinem Team durchstarten und echte Erfolge erzielen, Zeit ins Handeln zu kommen, melde dich an auf meiner kostenlosen Warteliste. So bleibst du auf dem Laufenden über den Start meines nächsten Leadership-Programms. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder direkt auf leadership-programm.com. Mach den Schritt und bring deine Führungskompetenzen aufs nächste Level. Ich freue mich auf dich.